Seid mir gegrüßt. Im Rahmen des aktuellen Steam Next Festivals, da gab es ja wieder eine Menge Demos, wurde unter anderem auch das Spiel Crown Wars The Black Prince verfügbar gemacht, da es ein Mittelalter-Setting ist und ein Taktik-Spiel. Und auf den ersten Blick hat es mich ein wenig an King Arthur Knight's Tale erinnert, das Spiel, das ich im letzten Jahr am meisten gespielt habe. Crown Wars The Dark Prince. Und apropos Krone. Kann es meinem Favoriten King Arthur Knight's Tale Paroli bieten? Kann es dieses Spiel vom Thron stoßen? Wir werden sehen, denn wir können jetzt mal reingucken. Und das war es dann auch mit der Vorrede. Ich weiß auch nicht viel mehr. Wir fangen einfach mal an. Many historians have recounted this war between France and England, but not all facts have been told. Poitiers, 1356. After fighting to complete exhaustion, the King of France, John II, is defeated. The King of England's son, The Black Prince, takes him as a prisoner. For more than 20 years, the royal houses had been fighting for the crown of the most powerful kingdom in the Occidental world. It was a war of chivalry, kings and princes. A war between families, rival houses, and cousins. A war fought according to the conventions of feudalism. But with neither side willing to kneel to the other, the war became a costly endeavor, attracting the most bloodthirsty of mercenaries. And in the shadows, there were those who resorted to unspeakable methods, exploring mystical powers involving the occult. In the midst of this turmoil, with chaos reigning all around, a group of compassionate men and women gathered in secret to fight an insidious threat, more horrifying than the war itself. So, das basiert wohl auf historischen Begebenheiten, aber auch in der Prise Okultes ist wohl dabei. Auf jeden Fall sehr hübscher Spiel bis jetzt. Was war das? Was war das? Habe ich mich auch gefragt. Die Dokumente müssen geschützt werden, der Bruderschaft. Die Dokumente müssen geschützt werden, der Bruderschaft. Okay, wir sind noch mal gerettet worden. Good God, what's happening? Sire, we must leave right away. We are under heavy attack. We can't flee and leave our documents here. We should send a message to warn Nicholas. We can't risk being captured. My friends, the day we all feared has arrived. We must burn our documents. We cannot let ourselves be captured. You, go to the main gate, organize the defense. We need to buy ourselves time. Very well. We will meet again before God. Blutig. Sind wir das? Oh, scheint so. Wir sind ein Ritter. Reach the castle gates. None of your characters must die. Okay. Wir sind... Ja, ein waschächter Ritter. Okay, ich versuche mich erstmal ein bisschen mit der Bedienung vertraut zu machen. Drehen. Maus. Mittlere Taste. Mausrad zoomen. Hinein, hinaus. So, die Frage ist ja immer, linke oder rechte Maus hast du zum Bewegen. Aber wir haben auch eine Befehlsleiste, sehe ich gerade hier unten. Fighting Style Champion. Fighting Style Defender. Crusher. Also Rüstung zerstören. Dann haben wir in der Mitte Overwatch, also Bewachen und Defensiv-Modus. Dann haben wir noch Verdict. You strike down with your weapon to chasten your target. If you have taken damage during the turn, the attack gains... This attack gains 20% Power-Bonus. Okay, das sind die Spezialattacken. Heavy Charge. Also Charge ist ja der Sturmangriff. Wir haben Punkte. Ich denke mal, wir haben Aktions- und Bewegungspunkte. Die man vielleicht... Ähm... Ja, für beides verwenden kann. Das weiß ich noch nicht. So, wir fangen mal an. Also wie wäre es mit einer Charge-Attack? Wir haben ja ein bisschen Distanz dazwischen. Heavy Charge. Vier Runden Cooldown anscheinend. Okay. Ja, versuchen wir es. Scheint tot. Mit WSD kann man auch die Karte hin und her zoomen, äh, pannen. Was haben wir denn noch hier? Haben wir noch mehr Feinde? Keine Sicht. Okay, dann mal nach vorne. Vielleicht hinter den Wagen. So, wir haben ein Aktions- und verbraucht einen gelben Punkt. Wenn wir jetzt hier hingehen. Rechts. Nee, links. At your service. Ach, wir sind eine Frau. Okay. Links bewegen. Okay, wir haben noch einen Aktionspunkt. Das heißt, wir könnten theoretisch overwatchen, falls ein Feind heranschnellt. Also, ein Gebiet bewachen und zuschlagen, falls jemand da reintritt. They won't get through. Und? Jetzt haben wir keine Aktion mehr. Jetzt können wir sagen, Ent-Turn. Wir haben ja offensichtlich nur eine Heldin. Enemy-Turn. Oh, da kommen sie. Äh, Bogenschützen. Zwei Schaden. Immerhin waren wir in Deckung. Ein Ritter, noch ein Ritter. Okay. Drei zu eins. Ah! 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 Wir kriegen Hilfe. Aua. Okay. Wir sind nicht mehr allein. Sehr schön. Da ist das Tor, da müssen wir hin. Okay, wir überlegen mal, ob wir weitergehen oder... lieber in Deckung bleiben, weil da ist ja auch ein Bogenschütze. Ähm, wir könnten... Wir können die Teilnehmer frei wählen. Also, das ist nicht eine Initiative. Frei wählbar. Wir könnten den Hund... Wir könnten den Hund... Der scheint hier so ein bisschen heavier zu sein, oder? Ja. Mehr Rüstung, mehr Lebenspunkte zumindest. Wir schicken mal den Hund in den Rücken. Bewegung links. Achso, die Richtung kann man auch noch beeinflussen. Macht ja nix. Wir können ja noch angreifen. Wie wär's mit... Biss. Mein Gott, der Hund ist aber ganz schön... Blutrünstig. So, der Hund hat nur eine Bewegung. Das heißt, der könnte noch in Deckung gehen. Ja, aber das Stück weg. Für einen Angriff reicht er nicht mehr. Wir könnten hier unseren... ...Juran wählen. Der scheint ja auch recht... Ja, mit zwei Waffen in der Hand. Wie wär's mit so einem Backstep? Richtung, genau. Wichtig. Und... Wir hätten Grappling Strike. Vier bis sechs. Oder Step. Mit Poison. Ja, wir machen mal lieber mehr Schaden. Also mit der Axt in den Rücken. Vielleicht nicht ganz. Aber wir sind ja auch noch dran, da hinten. Wir können noch mal zuschlagen. Wir haben noch einen Bewegungspunkt. Aktionspunkt, sorry. Genau. So. Da haben wir noch einen Bogenschützen da hinten. Oder? Nee. Den hatten wir ja schon erledigt. Ach ja, das war ja der... Ähm... Die Sequenz hier, genau. Dann sind wir fertig. Tja, was tun wir? Wir bleiben mal in Deckung. End turn. Kommen bestimmt noch mehr. Ähm, okay. Das Gate ist irgendwo da hinten. Das heißt, wir gehen mal in Richtung... Gate. Bietet sich an. Ist er doch da, oder? Ja, stimmt. Das ist die Treppe. Ja, dann. Nach vorn. Oh, man kann sogar drüberjumpen. Nicht schlecht. Ähm... Ja. So. Yes. Und... Ja, wir bleiben in Deckung. Hundchen, du kannst auch mal ein bisschen in Deckung. Neben deinen Herren. Okay, end turn. Wir können weiter. Okay, ist etwas getriggert. Sind sie unterbrochen worden. Oh, es waren aber ein paar mehr hier. Verdammt. Aber wir kriegen noch mehr Unterstützung, wie man sieht. Pfeile. Vieren. Bomben explodieren. Ha. Cool. Zwei Helfer. Sehr schön. Okay, wir sind noch, ähm... In Action. Vielleicht nicht so nah ran. Aber wir müssen in Deckung. Überleg gerade. Gehe ich zurück? Hm. Okay, wir haben... Erstmal die Feinde analysieren. Wir haben... Einbruchsschützen. Ein Ritter. Und... Und... Ein Hunter. Und... Ja. Okay. Dann in Deckung. Wohin mit dir? Wir bringen nicht so viel hier rüber. Sind zu nah ran. Okay, wir gehen mal hier hin. Wir sind zwar nicht ganz geschützt, aber wir machen auch Overwatch. Immer noch... Zwei neue bekommen. Ein Bogenschützen. Ein Schütz hin. Können wir von dahinter schießen? Aha, hier. Da ist wahrscheinlich eine Schießscharte. Sehr schön. Wird ja auch angezeigt. Sehr schön. Also von da können wir schießen. Von hier nicht. Direkt zumindest nicht. Da haben wir halbe Deckung. Hier haben wir volle Deckung. Wir könnten... trotzdem mal hierhin gehen. Und sagen, wir schießen mal. Headshot. Geht das? Ja. Ah, sehr schön. Also aus der Deckung raus und wieder rein. Das macht Spaß. Und dann haben wir noch einen Crossbow-Schütze, der... Der kann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Der hat nämlich Fireflask und Acid Flask. Also Feuerbombe und Säurebombe. Und zwar Heilfläschchen. Sehr schön. Sehr schön. Armor-Piercing-Crossbow-Schuss. Das wäre was für den Ritter. Aber wir könnten natürlich auch mal so eine Feuerbombe werfen. Die stehen ja da so schön. He, 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 he. Oh, ganz schön groß die Fläche. Ah, wir kommen nicht ganz ran. Ah, dann müssen wir wahrscheinlich erst ein bisschen näher ran hier. Ja. On my way. Okay. Wir machen mal Feuerschaden. Jetzt. Wir treffen nicht alle, oder? Mh, nee. Ach so, in der Mitte, da macht es noch mehr Schaden. Ja. Okay, machen wir es mal so. He, he. Die kriegen wahrscheinlich Overtime-Schaden dann. So, wir können ja noch einmal schießen. Vielleicht können wir den Bogenschützen rausnehmen. Das wäre was. Ah, dodged. Schade, schade. Okay. Wir haben noch uns. Ready when you are. Zu weit weg. Wir gehen mal, wir machen eine Spur darüber. Ja. At your service. Okay, in turn. Der Ritter kommt. Aber gut, der steht da unten. Kein Thema. Okay, da haben wir was. Oh, hat man nicht gesehen. Oh, wir werden die Mangel genommen. Bogchot. Oh. Damnation. Okay. Okay. Okay, wir müssen mal hier so ein bisschen Schaden machen. Eigentlich können wir killen hier. Ähm. Crusher. Cutthroat. Halsabschneider. Also, wir müssen hier eine Aktion auswählen. Äh. Verdikt. Und? Heavy Charge bringt natürlich nix. Also, das ist der Fighting-Style hier. Wir können hiermit angreifen. Ja. Okay, reicht nicht ganz. Das war's. Dann gehen wir mal auf die Fend. So. Aber wir haben ja noch Hundchen. Hundchen könnte nämlich den Rest besorgen hier. Der kann ja weiter rennen. Okay, tschüss. Wie blutig. 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 So. So, was machen wir hier? Der Ritter. Und... Der Archer. Den kriegen wir auf jeden Fall den Archer. Ähm. Wir könnten... Ja, den Archer erstmal wegmachen. On my way. Kill. Tja, der Ritter ist natürlich ein bisschen stärker. Aber... Wir könnten noch ein bisschen mit dem Spielen. Wir könnten hier hochrennen. Aber eigentlich einen Höhenverteil-Bonus? Wahrscheinlich. Hm. Und wir könnten noch den Archer. In Deckung. Und wir haben noch den Archer. Perfekt-Shot. Das wäre vielleicht nicht schlecht jetzt. Ja. Und nochmal. Ach, geht nicht. Genau. Cooldown. Normaler Schuss. Reicht nicht. Zu weit weg. Tatsache. Wir müssen runter. Ach, der ist in der nächsten Runde. Okay. Macht ja nix. Wir haben ja noch unseren... Armour-Piercing-Crossbow-Schützen. Da ist er. Nochmal. Okay, das war's. Okay, wir müssen das Tor verteidigen. Okay, wir haben... ...1, 2, 3, 4 Feinde. Äh, Deckung. Deckung, genau. Wer ist dran? Machen wir erstmal. Wo ist der... Das ist ein Ritter. Okay, bleiben wir mal hier. In Deckung. Wir können natürlich auch so eine Flasche schmeißen. Ist das alles Säure hier? Moment. Ah, ist ein Haltrank. Sorry, sorry, sorry. Ist ja keine Säure. Wo war denn die Säure? Da. Vielleicht sollten wir uns noch sparen. Wir haben nur noch... Die verbraucht man nämlich hier. Ähm... You throw a flask of pitch. Slows down Truppen. Okay. Das ist eine Explosion. Wie weit geht das? Ja, das ist doch nett. Da kriegen wir... Wow. Machen wir ziemlich einen Schaden hier. Explosion. Ja, das hat sich gelohnt. Und wir können sogar noch mal schießen hier. Kill? Da brauchen wir uns gar nicht groß anstrengen hier. Wir bleiben mal in Deckung. Beziehungsweise... Wir nehmen die Bogen Schütze hin und gehen auch in Position. Und können noch einen Kill machen. Und... Ja, den können wir vielleicht auch noch killen. Ja. Das wird wohl kein Problem mehr sein jetzt. Den können wir kommen lassen. Wir warten mal hier. Overwatch. Ne? Hä? Zeh? They won't get through. They won't get through. Ready when you are. I'll hold this position. so sollen doch kommen sollen sie doch kuchen essen da geht er hoch der kann die mauer hoch und wir haben noch ein feind übersehen sind feind moment das ist doch kein feind das hand ist gerade bitteschön da ist ein ok den namen gesehen was soll das frechheit ja manchmal geht es ein bisschen schnell weg hier ein punkt hat er noch okay den kriegen wir jetzt aber hier mit dem soll der hund mal machen reicht das ich glaube nicht jetzt war da noch jemand nicht glaube nicht das hat mich dann gezwickt keine sichtlinie aber was ist hier los anscheinend arme piercing nee dann machen wir das so das geht dann geht es noch in die nächste runde rein oder ne doch alles klar ok so ganz durchschau ich das noch nicht mit den pfeilen das war's ok es geht noch weiter nachschub das war wohl mehr als die dokumente vernichtet die ganze gesellschaft also grafisch mal toll inszeniert auf jeden fall benutzt übrigens die unreal engine 4 ja endet die demo hier oder geht es noch weiter der head of your family dies a sudden and violent death while france in its defeat plunges into civil war mit your family ruined fate forces you to flee your lands and wander the roads in exile but don't lose hope i'm offering you a new start a small and secluded domain within the kingdom for now you need only know that i was a friend of the head of your family and my name is nicholas welcome to crown wars the black prince demo you are about to enter world at war wahrscheinlich während des hundertjährigen jährigen krieges zwischen england und frankreich infuse with alchemy and dark fantasy also doch eine prise zauberei wir sind seit drei jahren dabei das spiel zu entwickeln steckt doch eine menge arbeit schon drin das heißt es dürfte dieses jahr erscheinen wir haben eine landschaft also ein stück land geerbt von einem mann namens flammel wir haben ein eine anweisung von niklas wir kommen dass er uns bei saint martin village martin village sehen will prepare yourself click on the lord's hall then on the map of france to gain access to the battle the sack of saint martin also ich bin kein guter französischer sprecher merkt man wahrscheinlich also lord's hall then battle the sack of saint martin the parents and equipment of your companions can be customized in the barracks ok wir haben also eine burg schön domain of montverand level 1 einkommen 450 gold cool also man hat also dann ressourcen metall und leder holz und master craftsman was das auch bedeuten mag handwerk squads zwei einheiten also truppen objectives complete the battle of sack of saumata ok wir gucken mal in die barracks the barracks recruit manage and customize your companions manage the equipment etc und auch level ups also es gibt doch schon starke parallelen zu king arthur night's tale level 2 wenn wir irgendwo draufklicken wow also wie gesagt grafisch schon sehr nett alchemist ach so hier unten kommen wieder zurück ok stats power treffsicherheit critical chance und so weiter also ein bisschen roleplay stats charakter stats aber kampf betont natürlich und wir haben sogar hundchen aber wir haben sogar einen bärenmann hier mit einem bären willibird cool 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 ja ich weiß nicht wer der hauptheld ist kann ich nur gar nicht sagen ehrlich gesagt aber ist auch nicht so wild so wie kommen wir zurück zur burg hier back ja great hall da sollten wir auch hin das ist wohl die zentrale ja kodex geschichte cinematics wahrscheinlich ja ähm memorial ist die der friedhof code of arms sind die wappen kann man sich wahrscheinlich auch noch hier anpassen dann machen wir random was schönes ja sowas ähm great hall level 1 kann man aufrüsten the great hall is the domain central hub where battles are planned sehr schön wir sollen zur schlacht gehen auf den kartentisch wahrscheinlich hier auf den kartentisch wahrscheinlich hier also ein bisschen echtzeit pawns klick on a pawn to open the panel that provides details of the corresponding battle it contains crucial information such as victory objectives read the panel carefully sending squads it will take your squads a certain number of days to reach the battle ok reisen auf der karte klar you can send up to two squads simultaneously but this limit increases when you upgrade the great hall also ist noch steigerungsfähig die anzahl der einheiten send on the point unsere symbol einheiten schachfiguren quasi genau the sack of saint martin da müssen wir hin ähm das heißt wir müssen das heißt wir müssen es wahrscheinlich hier rüber schieben oder äh ne wir müssen drauf klicken ja jetzt haben wir es verstanden ok das ist Paniel the sack of saint martin the mysterious nicolas had asked you to meet him on the outskirts of paris while the english army is ravaging the area he promises to reveal what's really going on meet nicolas at the village of saint martin send companions squad preparation each companion's equipment also man kann companions senden wahrscheinlich eine gewisse beschränkte anzahl äh tja wie wie denn also auf jeden fall möchte ich mal den bärenmann dabei haben ah man kann sie einfach anklicken ähm schwertkämpfer emily war das die bogenschützin hier mhm sort bei alle fit so wir haben verschiedene klassen alchemisten äh tierführer und ritter dann nehmen wir noch einen ritter mit und schwertkämpfer und wir nehmen natürlich noch hier unseren alchemisten mit ich glaube das war's ja mehr geht nicht okay let's do it ich hoffe sie haben waffen ja haben sie ja wahrscheinlich kann man da noch hier so alchemietränke und so craften und so weiter wir versuchen es mal so wir haben ja nur begrenzt zeit eine stunde past time begin beeil er sich start battle los geht's was kann schon passieren bohr your turn dunkelheit okay wir sollten jetzt mal so ein bisschen scouten plünderung okay wer geht denn ready to go hm tja wir gehen erstmal vielleicht dass wir noch angreifen können im zweifelsfall wir können auch den bären schicken hehehe 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 oh mercy king edward ordered us to destroy everything to burn everything but the voices voices are whispering in our heads my men have gone mad the voices they won't stop calling out so da die folge wohl etwas zu lang wird ähm habe ich gerade beschlossen sie in zwei hälften zu schneiden also bleibt bitte dran und hart der dinge die da kommen in der zweiten folge ciao euer montor so da so da wie wie joh ja hier ja ja Untertitelung des ZDF, 2020